hey leute wir spielen mal wieder pokémon feuerrot endlich denn ich bin ja schon so lange nicht mehr dazu gekommen weil ich ja zurzeit arbeiten muss und da immer später zu haus bin und keine lust mehr habe dass du mich direkt vergift ist nein den computer anzuschalten dafür brennst du jetzt ich habe keine ahnung wo wir eigentlich sind aber ist ja egal mein arm ist so gar nicht ich möchte wechseln ich muss jetzt mal pikachu ein du bist bald level 26 mein süßes pikachu und ich hab noch etwas anderes zu tun denn ich werde nach prismania city gehen und mir dort was hübsches kaufen ja vergift er mich doch ich hasse diese pokémon die einen vergiften als eigentlich die trinken maa das ist die führung durch das gift verletzte ohne dass du musst das meint sich naja nicht Du, nicht, nicht! Fick dich, Traumato! Stopp! Bye, Monster! You don't belong in this world! Bitte lass mich nicht rüber! Feigling! Pokémon sind nur zum Geldverdienengut! Halt dich auf unsere Angelegenheiten raus! Du bist dumm! Nimm mal was schauern! Beleber, ja! Ähm... Haben wir kein... Gegengift? Nein, natürlich nicht! Aber ein Hyperheiler, ja! Aber ein Hyperheiler, ja! Und dann setzen dann auch Hypertränke ein... ...für meinen Vulcano... ...und für... ...mein Pikachu! Und jetzt bist du dran! Du wirst niemanden retten! Oh, doch! Ich werde deine Seelen in die Hölle verbannen! Super! Da weiß ich, wen wir einsetzen! Und ihr bestimmt auch! Yay! Heusch dich! Pikachu! Pikachu! Pika Pika! Donnershock! Bam! Und du bist... Nein, bist du nicht! Ich... ...muss ich noch einen Donnershock gegen mich verwenden! Naja! Yay! Level up! Donnerblitz, yay! Naja! Rappratz! Nein, ich will nicht wechseln! Nein, ich will nicht wechseln! Halt, ein Gerät! Das probiere ich mal. Bäm, sieht cool aus. Ich mag die Attack. Was tust du da? Du pumpst dich auf. Du siehst wetter aus, wenn du auf die Pumpe willst. Nein. Bäm. Radikal. Ich setz mal Fulcano ein. Oder nicht? Lass es. Donner Blades. Bäm. Nur die Hälfte. Komm schon, was bringt dir das Attack, außer dass meine Verteidigung sinkt? Du verabschiedest dich jetzt sowieso für uns ein Nirbana oder auch nicht? Aber jetzt. Bäm. Und tschüss. Zubat. Du hast noch ein Zubat. Wenn du jetzt einen Golper gehabt hast, ist das nicht verstanden, aber ein Zubat? Na ja. Jetzt wird es gegrillt. Oder eben geblitzt, oder wie man dem sagen soll. Äh, ich bin der Kälte. Ich habe keine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Club aus am Fuße dieses Turms. Bip, bip, bip. Schreckliche Musik. Mäden, du kannst den Pokédex nicht vollenden, wenn du den Pokémon nicht genug Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Pokéflöte. Schlafende Pokémon öffnen auf, wenn sie das Bild der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Ach so. Woher war dies Maiden eigentlich, wie man die Pokéflöte spielt? Und vor allem, welches Lied dann relaxo aufweicht. Oh, ich verzweifle nicht mehr, brauche ich auch nicht. Ich will mir nämlich was kaufen. Du bist nützlich, dass nachher die Team Rocket verseucht ist statt. Blub, 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 blub. Auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Oder ins Einkaufszentrum. Ach, fast hätte ich's vergessen. Blub, 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 ja, blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Das ist nicht weg, genau auf welcher Etage. Achte kann ich an Achtung. Geschenkertikel. Das ist nicht geschenkertikel. Naja. Hallo, du hast TMs. Bist du? Aber nichts, das ich brauchen könnte. Und du hast du? Nein, ich kaufe mir zuerst das, was ich will. Das müsste denn irgendwo sein. Bei dir bestimmt nicht, das sieht es nicht so aus. Vielleicht hier? Ja. Donnerstein? Ja. Möchte ich? Ja, möchte ich. Sonst nichts. Kann man hier eigentlich, ich muss mal was nachsehen. Doch, dieses kleine Mädchen, das sagt, oh, ich hab durft. Und ich wüsste den Tränen rein, bla bla. Ich find's aber durfte ich, ein Kerner. Ein Tafelwasser. Ja. Ja, Tafelwasser, vielen Dank, bitte sich schön. Nicht stillt. Noch was? Noch ein Tafelwasser. Kein Wurst. Pferde, okay. Und wenn ich hier was anderes gebe, Limonade. Und ein Sprudel, sprüff ich mal was. Ja. Cool, Sprudel, vielen Dank, damit ihr das Geschenk. Sie haben 20. Bodyguard. Bodyguard. Ich bin der Weg mit Hase, bla bla. Möbel, noch. Cool, Limonade. Vielen Dank, Lüftchen. Ja. schön für dich jetzt gehen wir zurück in die erste Etage denn ich möchte noch was kaufen was kleines ey sieh mich gefährlich ach ich hab da vorher noch was gesehen na man das da ja das da nein bist du bescheuert ja Richtkauf nein 10 9 9 5 5 5 ja die 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 und dann nehmen wir das nach vorne dass Shawny sieht, wir haben ein Raichu. Und dann laufen wir und laufen. Hallo, ich will nicht in den Ausguck stauen. Nein! Verdammt! Nein, der ist nicht ins Netz gegangen. Ich bin ein Mensch. Raichu. Ein weibliches Raichu. Und die Wassergegner sind kein Problem für sie. Sorry. Nein! Besiege es noch schnell, denn ich möchte schon in einem Kampf rauslassen, wenn ich hier dass er sieht. Ja, wir haben ein Raichu. Kein Pikachu mehr. Kleiner Fisch. Ich bin kein kleiner Fisch. Ich bin ein Mensch. Idiot. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis in der übernächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi!